Unser Mann, der heute als virtueller Gast auf dem Serum mit am Start ist, Thomas Tuchel. Ja, nicht unbedingt Freund der Presse aktuell, aber Freund von Dime Time hat uns exklusiv im Interview gesagt, dass er bei uns nicht so reagiert hätte. Ja, weil wir stellen auch nicht so freche Fragen. Wir haben sieben Siege, zwei Unentschieden. Natürlich, DFB-Pokal fliegt mal raus, ist sehr, sehr tough. Der beste Start von Bayern in einer Saison seit, glaube ich, sechs oder sieben Jahren. Und sie sind trotzdem nur Zweiter und die Presse berichtet trotzdem scheiße. Ich finde es aber trotzdem, ganz ehrlich, nicht so schlimm. Jeder sollte seine eigene Meinung haben. Die Presse soll berichten dürfen. Tuchel sollte sich aber auch darüber aufregen dürfen, finde ich, aber halt in einem respektvollen Maße. Ich fand es meiner Meinung nach auch respektlos, wenn ich ehrlich. Respektlos von Tuchel, wie er reagiert hat. Ja. Aber Didi Hamann und Lothar Matthäus hast du gefühlt, wie du es gesagt hast. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, okay. Das habe ich nicht gesagt, aber es sollte einfach von beiden Seiten eine gewisse Art Respekt sein. Du darfst ja sagen, finde ich, ey, ich finde das okay, dass er seine Meinung hat, aber ich bin nicht der Meinung. Und dann ruhig auch mal sagen, was seine Meinung ist. Aber ich finde, was er abgeliefert hat, war schon ein bisschen respektlos. Also, seine Art und Weise war nicht respektvoll gegenüber den Leuten, die da standen. Das war schon, das war kein Interview. Es war einfach, wie sie bei Sky in der Nach-Reportage gesagt haben, ein Statement. Und da gehe ich mit. Wir reden, wir reden aber, von welchem Sky-Interview reden wir? Naja, von dem, mit dem, wo sie da, nicht die Pressekonferenz. Also, da, wo er dann rauskommt zu denen und mit diesen drei Leuten. Genau, mit Lothar, mit der Dame und mit dem Herren. Wie heißt der Herr? Ich weiß es nicht. Der ist so, in meinen Augen, so unsympathisch gewesen. Ich habe das nämlich gesehen und ich habe vorher die Pressekonferenz schon gesehen, die Pressekonferenz vorher. Und da ging es nämlich los von wegen, der irgendeiner, ich weiß nicht, welche Zeitschrift, hat halt dann gesagt, ja, Lothar Matthäus und Didi Hamann sagen, sie sehen bei den Bayern zurzeit keine Entwicklung. Hat Torel direkt abgebrochen. So, ich sehe bei den beiden auch gar keine Entwicklung. Punkt. Ich finde, Schlagfertigkeit in dem Fall muss man haben, weil keiner geht zu Lothar Matthäus, Didi Hamann und kann den so richtig sagen, so von wegen, der ja eh seid so, ne, auch nicht. Immer nur polarisierende Meinung, immer da, wo, ne, wenn Bayern schlecht ist, sind die immer direkt, wenn Bayern gut ist, 180 Grad Wende und die müssen wieder, so, weißt du, in dem Sinne. Und deshalb finde ich schon, fühle ich schon die Art und Weise, wie Tuchel das am Ende geregelt hat. Äh, ich fand auch zu krass, wie er so, äh, nach dem Interview direkt meinte, er hat ja genau das gesagt. Er meinte, er, ich hab keinen Bock mehr so, hat der seinen so, wie das hat er als Kopfhörer rausgenommen. Er hat Kopfhörer rausgenommen, hat's hingelegt, meinte, ich möchte auch an dem Punkt beenden, wo ich das beenden will, so, keinen Bock dann mehr darüber zu reden. und meinte, ihr müsst jetzt eine 180 Grad Wende machen, viel Spaß damit. Viel Spaß dabei. Das war so ein Mic-Drap, ja. Ja, für mich war es nicht respektlos. Ich finde, das ist so, das ist so, das, was, was Didi Hamann und Lothar Matthäus oder auch generell Leute, die jetzt so, wir sind ja auch, so, wir sagen ja auch unsere Meinung, wir sind ja auch so Journalist of Wish, so in dem Sinne, ne, aber, ähm, man muss, wenn man austeilt, auch einstecken können, finde ich. Und die teilen immer unnormal aus, wir teilen auch aus und ich laber auch immer Scheiße und dann kriege ich das auch wieder zu hören, dass die Leute sagen, juhl, halt, deine Fresse kümmert sich immer Voice-Overs so am Ende, weißt du. Deswegen, wenn man von einer Sache krass Ahnung hat, kann man da reingehen in die Materie und, ja. Aber ich fand's, ich fand's vollkommen in Ordnung, die Tuchels gemacht. Ich fand's sogar sehr geil. Ich hab mich kaputt gedacht zu Hause. Safe, Digga, als, 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 als neutraler Zuschauer hätte ich mich safe auch den Arsch abgelacht. Hab ich auch, ich hab's auch gefeiert. Trotzdem von der Seite, wenn man das ernsthaft betrachtet, geh ich nicht ganz mit mit dir. Ich finde wirklich, ey, du darfst ruhig deine Meinung sagen. Er kann auch offen und ehrlich sagen, er sieht keine Weiterentwicklung bei Lothar Matthäus und Didi Hamann. Aber ich finde, das ist einfach, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Die einen sind Experten, ja, sind Experten, Ex-Nationalspieler, hundertprozentig. Ja, ja, die Legends. Auch, Lothar Matthäus vielleicht mehr als Didi Hamann, aber okay. Aber Didi war auch, glaub ich, bei Liverpool, oder? Ich hab keine Ahnung, aber, aber, ich finde, du kannst da eher sagen, ich seh beim FC Bayern keine Entwicklung, weil du dir den Fußball beobachtest, weil du das analysierst, weil du das Spielerische schaust, was auf dem Platz abgeht und sonst was. Und zu sagen, ich seh bei Lothar Matthäus und bei Didi Hamann keine Entwicklung, ist ja einfach nur ein Front, um zu sagen, die labern jede Woche die gleiche Scheiße im Fernsehen. Das ist doch ein meilenweiter Unterschied, finde ich. Ja, aber die labern doch jede Woche die gleiche Scheiße. Ist doch so, Digga, Didi, ich hör, Didi labert schon oft Hardcore-Scheiße. Natürlich, natürlich, mehrprozentig. Und Lothar Matthäus auch immer mit seinem so, ich bin richtig gut mit den Bayern, ich hab immer Kontakt mit denen. Und dann so, ja, ich red nicht direkt mit denen, aber ich hab immer Kontakt mit denen. Also, auf jeden Fall, wir haben zwei verschiedene Meinungen, schreibt gerne mal eure in den Chat rein, ihr seid ja immer am Start. Und was ihr heute auch in den Chat schreiben könnt, ist, Freunde, eure Fragen an Terrence Boyd, der heute nämlich in dieser Show vorbeischauen wird, der mit am Start sein wird. Ihr habt die Möglichkeit, im Chat den Fragen-Sticker quasi zu usen. Und wir sehen dann eure Fragen. Und Niklas kann die dann später an Terrence Boyd und uns weiterleiten, wenn er am Start ist, da freuen wir uns drauf. Außerdem heute noch ein bisschen Gast, Tizi Schubech-Simon, denn die waren beim NFL-Game. Sabri heute auch im NFL-Kit. Von welchem Team ist das? Überall im Indianapolis-Colz. Genau, ich bin eher von den Seahawk-Dolphins der Fan, aber ich finde beide nicht schlecht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht schlecht. Trotzdem nochmal kurz Tuchel, GG. 4-0 haben sie die Dortmunder weggeklatscht. Und GG an Sabri, der letzte Woche in der Bundesliga Dime-Time-Prediction 4-0 Dortmund-Bayern, also 0-4 Dortmund-Bayern getippt hat. Und damit drei Punkte in der Dime-Time-Kick-Tipp-Runde und in unserem privaten Duell hier abgesandt hat. Ich war knapp daneben. Ich habe 1-4 getippt. Und dieser Nuttenbengel am Ende macht den Ball nicht rein. Es war so knapp. Am Ende ist fast noch ein Tor gefallen. Ich weiß nicht, von wem. Tut mir leid, Nuttenbengel wollte ich nicht sagen. Aber ich dachte, ich schieße doch noch das Tor. Nachdem ich noch das vierte Mal dachte, nein, Sabri hat 4-0 getippt, scheiße. Ja, ja, ja. Feeling war, bei dem Spiel muss ich auch dazu sagen, dass es halt genau so wird, was es passiert ist. Dortmund gewinnt nämlich einfach nicht zu nice. Die sind immer noch so in dieser Lage. Die holen ihre Punkte, alles drum und dran. Aber man guckt nie ein Spiel und sagt so, ja, sie haben das wirklich so über 80% des Spiels richtig sauber. runtergespielt. Und deswegen hatte ich einfach Angst. Sowieso mit Saarbrücken, mit dem Ausscheiden, da war schon klar, die werden mad as fuck sein. Alle schreiben wieder Scheiße über die. Dazu kommt noch, was jetzt, auch zu Tuchel noch, die haben ihnen auch vorgeworfen, dass er ein schlechtes Verhältnis habe zu der Mannschaft. Das ist sowieso, wer will das von außen behaupten, wenn ihr nicht da drinne seid? Ja, die meinten irgendwie so, dass die Art von Tuchel, so wie er als Trainer drauf ist, so mit Distanz oder irgendwie sowas, haben die auf jeden Fall gelabert. Und deswegen, ich glaube, es kam vieles aufeinander. Die waren mad und ich glaube, die waren alle zusammen und die haben gesagt, komm mal, wir rasieren die heute und wir machen keinen Stopp, nicht mal 1%. Champions League sind die weit. Es könnte gefühlt... Kein Spiel verloren bisher in der Champions League dieses Jahr. 37 Spiele in Folge sowieso am Rasieren. Von daher Bayern sehr, sehr, sehr nice. Die Bayern-Bosse haben ihm auch den Rücken gestärkt, habe ich vorhin noch gelesen, bei Sky. Also zwei, ich weiß die Namen leider nicht, die Männer, die beiden Männer bei hier, bei, sag schon, bei Bayern, haben beide gesagt, ey, hier Dresen von Bayern hat gesagt, ey, wir stehen hinter ihm und der andere Herr auch. Also von daher, es ist gegessene Sache für uns, sehr, sehr unterhaltsam. Bayern 4-0 weggeklatscht, GG's und damit ist der Klassiker erstmal wieder bis zur Rückrunde gegessen. Aber es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für die Bayern. Lothar Matthäus hat übrigens hier gerade geschrieben, es gibt ja eine exklusive Lothar Matthäus-Kolumne bei Sky. Die Sache vom Samstag für mich ist vergessen. Beim Dibico-Dob-Spiel. Ja, ey, der ist fucking professional, man. Die haben wahrscheinlich kurz ein bisschen ge-Facetimed, er und Tuchel, auf Bro-Basis. Deswegen, ja, man freut sich. Zeig mal her den Clip, Niklas. Dass die das alles sportlich sehen, weil das ist schon das Wichtigste. Da muss keiner mad sein wochenlang. Hast du den Browser freigeschaltet? Ein Mimi. Niklas hat wieder Twitter gegrindet. Gut. Es tut mir jetzt echt leid. So, aber jetzt. Und was war das andere? Niklas hat sogar noch eins gerade offen gehabt, oder war das nichts? Ah, hast du schon gezeigt? Ach, das war nur... Hast du sogar den Chat gezeigt? Ach, das war nur... 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 Vielen Dank.